Eines der interessantesten Zeichengeräte ist der Graphitblock. Er ermöglicht verschiedene Strichbreiten und unterschiedliche Dunkelgrade beim Zeichnen. Man kann mit dem Graphitblock schnell auf großen Flächen zeichnen. Und dazu Hilfenahme der Möglichkeiten des Materials. Das Spiel von Hell-Dunkel ermöglicht, Rundungen zu erzeugen. Und eine der schönsten Möglichkeiten ist die einfache Drucktechnik der Flutage, indem man Strukturen ganz einfach optisch umsetzen kann. Das Spiel von Hell-Dunkel Das Spiel von Hell-Dunkel